Nürnberg nach Kriegsende. In Hitlers Reichsparteitagsstadt stehen seine Helfer vor Gericht. Es geht um 50 Millionen Opfer, um Schuld und Sühne für den Krieg und die Verbrechen. Der Gang vom Gefängnis in den Gerichtssaal. Für den selbsternannten Anführer der Angeklagten ist es der Weg auf die letzte Bühne seiner Selbstdarstellung. Einst war er der zweite Mann in Hitlers Reich. Für die Ankläger ist er jetzt Nazi Nummer 1. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Hermann Göring. Keiner hat die Macht mehr genossen, keiner war Korrupter im NS-Staat, keiner zynischer beim Befehlen von Verbrechen. Für Hitlers Gunst geht Göring über Leichen. Obwohl er den Krieg scheut, schickt er seine Luftwaffe gegen Polen und wird belohnt. Hitler macht ihn offiziell zum zweiten Mann. Sollte mir in diesem Kampf nun etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger war deine Lose Göring. Der Kronprinz bombt den Weg frei zum Sieg über Polen und Frankreich. Ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Und wird wieder belohnt. Hitler ernennt ihn zum Reichsmarschall, zum ranghöchsten Soldaten unter dem Hakenkreuz. Den Sieg genießt Göring auf seine Weise. Beutezug durch das eroberte Paris. Im offenen Rolls-Royce durchstreift er die Stadt. Auf skrupelloser Schatzsuche. Im Louvre warten, wie er weiß, die beschlagnahmten Schätze der Pariser Juden. Velázquez, Kranach, Rubens. Unersättlich lässt er jüdischen Besitz in ganz Europa konfiszieren. Am Ende gehören ihm mehr als tausend Meisterwerke mit einem Schätzwert von 600 Millionen Reichsmark. Zusammengerafft durch Nötigung und Raub. Während ganze Züge voll mit Beute auf seinen Landsitz fahren, werden ihre jüdischen Besitzer in die Vernichtungslager deportiert. Die Ermächtigung an die SS für den millionenfachen Mord unterschreibt Göring. Im Prozess von Nürnberg wird diese Unterschrift zu einem der wichtigsten Beweisstücke für seine Verstrickung in den Holocaust. Im Volk ist Hitlers beleibter Marschall beliebt, auch wenn seine Luftwaffe die Verwüstung deutscher Städte nicht verhindern kann. Er weiß, der Krieg ist verloren und schickt doch seine Piloten in den sinnlosen Opfertod. Am Ende sogar als deutsche Kamikaze. Die deutsche Widerstand ist organisiert, konnte organisiert werden. Es hat immer kühle Männer gegeben, die sich geopfert haben, um etwas Größeres für die anderen zu erreichen. Mehr als 10.000 junge Piloten sterben noch in den letzten vier Kriegsmonaten. Im Prozess von Nürnberg mimt Göring die verfolgte Unschuld und erklärt, man werde ihn in Deutschland künftig mit Marmorbüsten ehren. Ich habe nie mein Einverständnis zum Ausdruck gebracht, dass sich eine Rasse über die andere als Herrenrasse bezeichnet, sondern die Verschiedenheiten der Rassen betont. Die Richter sprechen ihn in allen Anklagepunkten schuldig und verurteilen ihn zum Tod durch den Strang. Göring streitet dem Gericht bis zuletzt das Recht ab, überhaupt über ihn urteilen zu dürfen. Nach dem Schuldspruch schreibt er an den Alliierten Kontrollrat. Erschießen hätte ich mich ohne weiteres lassen. Es ist aber nicht möglich, den deutschen Reichsmarschall durch den Strang zu richten. Ich wähle deshalb die Todesart des großen Hannibal. Wenige Stunden vor seiner Hinrichtung schluckt Göring eine eingeschmuckelte Giftkapsel. Er stirbt innerhalb weniger Minuten. Der nächste Fall gehört zu den juristisch schwierigsten im Nürnberger Prozess. Der Todestag dieses Angeklagten ist bis heute für Neonazis Anlass für Aufmärsche. Unter den Komplizen des Diktators war er der fanatischste, auch wenn ihn Hitler am liebsten wegen Hochverrats hingerichtet hätte. Auf die Frage nach seiner Schuld antwortet Rudolf Hess wie alle Angeklagten. Nein! In den 30er Jahren gibt sich Rudolf Hess gern als Hohepriester des Regimes. Die Partei ist Hitler. Hitler aber ist Deutschland wie Deutschland Hitler ist. Hitler! Seit ihm Hitler im Gefängnis das Manuskript von Mein Kampf diktiert hat, steht Hess hoch im Kurs. 1933 wird er in der Partei zum Stellvertreter des Führers ernannt. Ein Titel, der mehr verspricht, als er wert ist. An der eigentlichen Macht ist der Hobbyflieger kaum beteiligt. Doch was er weiß, das trägt er mit. Die Nürnberger Rassengesetze von 1935 unterschrieben von Reichsminister Hess. Berufsverbot für jüdische Ärzte und Anwälte unterzeichnet von Reichsminister Hess. Die Einführung der Prügelstrafe im besetzten Polen, vorgeschlagen von Reichsminister Hess. Als der Krieg beginnt, wird der Parteimann Hess endgültig zur Randfigur. Beim Prozess von Nürnberg fällt es den Anklägern schwer, ihm Verantwortung an der Kriegsvorbereitung nachzuweisen. 1940, Angriff im Westen. Für Hess ein Missverständnis. Bei Dünkirchen entkommt die britische Armee übers Meer. Lässt Hitler sie entkommen, um England friedenswillig zu stimmen? Hess glaubt ja. Er teilt Hitlers Wahn vom Lebensraum im Osten. Und um den zu erobern, braucht man Frieden oder besser noch Verbündete im Westen. Hess ist außenpolitisch völlig unerfahren. Im Auswärtigen Amt gilt er bestenfalls als naiv. Doch der Stellvertreter glaubt, die Westmächte auf Hitlers Seite ziehen zu können. Durch einen persönlichen Alleingang. Mitten im Krieg. Heimlich beginnt er mit der Planung für eine waghalsige Mission. 10. Mai, 41, 17 Uhr. Von Augsburg aus fliegt Rudolf Hess auf eigene Faust nach England. Als ihm der Sprit ausgeht, springt er mit dem Fallschirm ab. Persönlich will er die britische Regierung überreden, Frieden zu schließen mit Hitler. Ein illusorischer Plan, ohne die geringste Aussicht auf Erfolg. Die Engländer bringen das Flugzeugwrack ins Museum und Hess in die Psychiatrie. Hitler ist nicht eingeweiht. Er lässt den Flug zur Tat eines Geisteskranken erklären. Nach dem Endsieg, so Hitler gegenüber Vertrauten, wolle er seinen Stellvertreter hinrichten lassen. In Nürnberg sorgt der Fall Hess für Aufsehen. Die Beweislage ist schwierig. Der Stellvertreter wird nur in zwei Anklagepunkten schuldig gesprochen. Verschwörung gegen den Frieden und Planung eines Angriffskriegs. Beobachter zweifeln an seiner Verhandlungsfähigkeit. Vor allem nach seinem Schlusswort im Gerichtssaal, in dem er Hitler als größten Deutschen aller Zeiten preist. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner tausendjährigen Geschichte hervorgebracht hat. Ich bereue nichts. Das Urteil lautet lebenslänglich. Mit sechs weiteren Hauptkriegsverbrechern kommt Hess ins Gefängnis von Spandau. Mehr als vier Jahrzehnte sitzt er hier in alliierter Haft. Zuletzt allein, als teuerster Gefangener der Welt. 1987 stirbt er unter zunächst unklaren Umständen. Heute gilt als sicher, Rudolf Hess hat sich mit einem Elektrokabel selbst erhängt. Der nächste Fall. Einer der 24 Angeklagten bleibt unsichtbar in Nürnberg. Ein Schattenmann. Schon im Hitlerreich hat dieser Helfer meist im Verborgenen die Strippen gezogen. Er ist der einzige Hauptkriegsverbrecher, der in Abwesenheit angeklagt wird. Martin Bormann ist der Nachfolger von Hess. Und schon vor dessen Flug unentbehrlich für Hitler. Der Sekretär des Führers sitzt an den Schalthebeln der Macht und auf den Geldschatullen des Regimes. Er überweist 50.000 Mark monatlich an die SS für Repräsentationszwecke. Auf Hitlers Weisung spendiert er SS-Chef Himmler ein Ferienhaus am Tegernsee. Dafür darf er den Herrn der Mordfabriken Onkel Heinrich nennen. Für Eva Braun ordert er Seidenunterwäsche, Parfum und Schmuck aus Paris. Diskret und zuverlässig. Hitlers Mann für alle Fälle? Mit Kriegsbeginn wird Bormann immer mächtiger. Er ist fast ständig in Hitlers Nähe, kennt alle Ziele und Pläne des Diktators. Auch die Geheimsten. Mobiler Massenmord durch die Einsatzgruppen an der Ostfront? Die Errichtung von Vernichtungslagern in Auschwitz und anderswo? Bormann weiß Bescheid und hilft Hitlers oft, wage Weisungen in konkrete Befehle umzusetzen. Der Prototyp des Schreibtischtäters. Unermüdlich in der Büroarbeit. Ein Parteigenosse fragt schriftlich an, wie wird die Judenfrage gelöst werden? Bormanns Antwort, sehr einfach. Einer der echten Entscheidungsträger neben Hitler. Auch deshalb wird gegen ihn in Nürnberg trotz Abwesenheit verhandelt. In den letzten Tagen des Regimes ist Martin Bormann im Zenit seiner Macht. Kurz vor seinem Selbstmord im Bunker unter der Reichskanzlei ernennt ihn Hitler zum Testamentsvollstrecker. Mit einer Abschrift des Hitler-Testaments verlässt Bormann in der Nacht zum 2. Mai 1945 den Führerbunker. Zuletzt wird er in der Nähe des Leerter Bahnhofs gesehen. Dann verliert sich seine Spur im Nichts. Die Nürnberger Richter verurteilen ihn zum Tod durch den Strang. Nach diplomatischem Protokoll ist er der ranghöchste Angeklagte. Reichspräsident. Allerdings nur eine Woche und in einem untergehenden Reich. Seinen Kopf in Nürnberg retten vor allem die Aussagen von einstigen Kriegsgegnern. Ich halte diese Kriegführung für berechtigt und habe nach meinem Gewissen gehandelt. Ich möchte das genauso wieder tun. Dönitz verteidigt sich wie alle angeklagten Militärs. Über die Opfer kein Wort. Den entscheidenden Karrieresprung erlebt Karl Dönitz 1943. Hitler macht ihn zum Großadmiral und zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Die Gunst des Kriegsherrn hat sich Dönitz mit seinen U-Booten verdient. Deutsche Tauchboote sorgen beim Gegner in den ersten Kriegsjahren für erhebliche Verluste. Dönitz entwickelt gegen alliierte Geleitzüge die sogenannte Rudel-Taktik. Der britische Premierminister Churchill sagt nach dem Krieg, das einzige, was ihm wirklich Sorgen bereitet hätte, seien die U-Boote gewesen. Karl Dönitz empfängt die heimkehrenden Seewölfe und verteilt Ritterkreuze. Ab 1942 werden die Jäger zu Gejagten. Neues Sonar und massive Luftunterstützung bringen die Wände in der Atlantikschlacht. Dönitz verlangt mehr U-Boote und verbietet per Befehl, Schiffbrüchige zu retten. Zuvor war ein deutsches Boot bei einer Rettungsaktion beschossen worden. Der Chef rechtfertigt sich mit strammen Parolen. Im Kampf selbst gibt es für den Mann nur ein, den Gegner nach bestem Können klein zu kriegen. Wer nicht so fühlt und denkt, der ist ein Waschlappen. Der U-Boot-Krieg wird in Nürnberg einer der zentralen Punkte in der Verhandlung gegen Dönitz. Nicht angeklagt wird der Admiral wegen der Verwendung zehntausender KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter in der Marine-Rüstung. Man habe ihm Glauben gemacht, so sagt er später, die Männer hätten gern für die Marine gearbeitet. Als Dönitz am 1. Mai 1945 nach Hitlers Selbstmord Reichspräsident wird, will er nur mit dem Westen Frieden schließen. Und im Osten weiter Krieg führen gegen die Sowjetunion. Doch die Rote Armee erobert Berlin und die Alliierten verlangen bedingungslose Kapitulation. Karl Dönitz hat keine Wahl. Am 8. Mai ist der Krieg endlich zu Ende. Der letzte Präsident des Deutschen Reiches wird in Flensburg verhaftet. In Nürnberg gilt Hitlers Nachfolger als Kandidat für die Todesstrafe. Am 8. Mai 1946 wird er zum ersten Mal in den Zeugenstand gerufen, genau ein Jahr nach der Kapitulation. Seine Verteidigungsstrategie ist offensiv und erfolgreich. Vor allem dank seines jungen Verteidigers Otto Kranzbühler, hier links ein ehemaliger Flottenrichter. Eigentlich ist der Verteidigung in Nürnberg untersagt auf, alliierte Kriegsverbrechen hinzuweisen. Doch Dönitz kann belegen, dass seine einstigen Gegner mit vergleichbaren Befehlen operierten wie die deutsche Kriegsmarine. Am Ende muss der Admiral zehn Jahre ins Gefängnis. Dönitz ist fassungslos, er hatte einen Freispruch erwartet. Nach seiner Haftentlassung 1956 pflegt er weiter den Selbstbetrug, nichts anderes gewesen zu sein als ein unpolitischer Marineoffizier. Ganz anders verhält sich der ranghöchste Soldat des Heeres auf der Nürnberger Anklagebank. Es ist ein Feldmarschall von eher schlichtem Intellekt, der aber am Ende zumindest teilweise einräumt, wie sehr er verstrickt war in deutsche Kriegsverbrechen. Wilhelm Keitel sitzt stellvertretend für eine ganze Reihe ranghoher Generäle des Heeres auf der Nürnberger Anklagebank. Er trägt bei Kriegsende zwar den klangvollen Titel eines Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht, tatsächliche Entscheidungsgewalt hat er jedoch kaum. Keitel ist schon bei der Truppe, als die noch Reichswehr heißt und nicht Wehrmacht. Er träumt wie so viele von einer Wiederherstellung alter deutscher Soldatenherrlichkeit. Als die Armee 1934 ihren Treueeid auf Hitler schwört, ist der Niedersachse begeistert. Ein großer Stratege ist er nicht, aber einer, der schon lange heimlich an Plänen für die Wiederaufrüstung arbeitet. Genau wie der Diktator glaubt Keitel, dass Deutschland die Niederlage aus dem Ersten Weltkrieg revidieren muss. Durch einen neuen Krieg. Seit 1936 rüstet Hitlers Deutschland auf. Nicht mehr heimlich, sondern offen. Vor den Kameras der Wochenschau. Wilhelm Keitel wird zum Chef des neu geschaffenen Oberkommandos der Wehrmacht. Das soll nicht zentral befehlen, sondern koordinieren zwischen den Teilstreitkräften. Die zentralen Entscheidungen trifft Hitler selbst. 22. Juni 1941. Angriff auf die Sowjetunion. Wie die meisten Generäle ist auch Wilhelm Keitel gegen diesen Feldzug. Doch mit blindem Gehorsam tut er weiter seinen Dienst und fertigt eine ganze Reihe verbrecherischer Befehle aus. Sie stammen von Hitler und werden von Keitel weitergeleitet. Bedenkenlos. Er glaubt an die mörderische Parole vom Vernichtungskrieg gegen eine Weltanschauung. Ein Erlass vom 13. Mai 1941. Deutsche Soldaten, die in den besetzten Gebieten morden oder rauben, haben keine Strafe zu befürchten. Ein Freibrief ausgestellt schon zwei Monate vor dem Feldzug. Hitler befiehlt, Keitel unterschreibt. Auch den sogenannten Kommissarbefehl vom Juni 1941. Ein Mordbefehl. Sowjetische Politoffiziere sind auf der Stelle zu töten. Der Kommissarbefehl wird zum zentralen Anklagepunkt im Nürnberger Prozess. Ebenso wie Keitels Verantwortung für den Massenmord an sowjetischen Kriegsgefangenen. Mindestens zwei Millionen sterben in deutschem Gewahrsam an Hunger, Kälte und Krankheiten. Als ein Mitarbeiter gegen die Behandlung der Gefangenen protestiert, weist ihn Keitel schroff ab und erklärt, dass er die hohe Sterberate in den Gefangenenlagern ausdrücklich billigt. Nach der Kriegswende vor Moskau im Winter 1941 häufen sich die Niederlagen. Hitler fordert Härte und Gewaltmaßnahmen. Ausdrücklich auch gegen die Zivilbevölkerung. Keitel formuliert den Befehl. Für jeden getöteten deutschen Soldaten 50 bis 100 Kommunisten in abschreckender Weise hinrichten. Wilhelm Keitel gibt im Zweiten Weltkrieg persönlich keinen Schuss ab. Aber er trägt hohe Mitverantwortung an zahllosen Verbrechen der Wehrmacht. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 leistet der Feldmarschall in Berlin-Karlshorst seine letzte offizielle Unterschrift. Es ist die bedingungslose Kapitulation. Keitel gilt jetzt als einer der führenden deutschen Militärs. Dabei hatte ihn die Generalität bis zuletzt als lag Keitel verspottet. In Nürnberg macht er den Befehlsnotstand für sich geltend und erklärt, keine eigene Kommandogewalt innegehabt zu haben. Doch der Prozess führt zum Umdenken, wenigstens bei diesem Angeklagten. Am 11. November 1945 wird im Gerichtssaal ein Film aus den Todeslagern gezeigt. Keitel weint bei der Vorführung. Ich habe geglaubt. Ich habe geirrt. Und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Wegen der klaren Beweislage ist das Verfahren gegen Keitel das kürzeste beim Nürnberger Prozess. Das Urteil lautet Tod durch den Strang. Es wird vollstreckt am 16. Oktober 1946. Der zweite hohe General der Wehrmacht wird in Nürnberg zum Problemfall, bei dem die Siegermächte politisch entscheiden und nicht juristisch. Die Richter des Tribunals streiten hinter den Kulissen erbittert um das Urteil gegen diesen Angeklagten. Die meisten Prozessbeobachter glauben, Alfred Jodel wird allenfalls eine Haftstrafe antreten müssen. Auch er erklärt, er sei nur Befehlsempfänger gewesen. Am Anfang ist Alfred Jodel alles andere als ein Nazi. 1933 hält er Hitler noch für einen Scharlatan und trauert der Republik nach, der er gern gedient hat. Doch auch er schwört den Eid, der ihn an Hitler bindet. Und trotz zum Teil besseren Wissens wird er ihn halten. Hitlers Erfolge und die eigene Karriere verdecken den Konflikt. 1938, beim sogenannten Anschluss Österreichs, ist Jodel schon Oberst und hat seine Meinung über den Diktator revidiert. Im März 1938 wird er Leiter des Wehrmachtsführungsamtes im Oberkommando der Wehrmacht. Jodel ist ein brillanter Stratege und seinen Vorgesetzten fachlich weit überlegen. Der Plan für den Überfall auf Dänemark und Norwegen ist Jodels Werk. Vor allem das reibungslose Zusammenspiel von Marine und Luftwaffe wird zum Vorbild für spätere amphibische Operationen. Auch beim Angriff gegen die Sowjetunion ist Jodel als Fachmann gefragt. Er weiß, dass Hitler im Osten einen Krieg ohne Regeln führen will. Die verbrecherischen Befehle arbeiten andere aus. Jodel weiß zwar Bescheid, ist aber nicht der Urheber. Im Prozess von Nürnberg wird es nicht überzeugend gelingen, ihm etwa den Kommissarbefehl anzulasten. Auch wenn er ihn abgezeichnet hat. Jodel verteidigt sich geschickt, räumt nur ein, was ohnehin in den Akten steht. Vom Holocaust will er nichts gewusst haben. Ich kann nur im vollsten Bewusstsein meiner Verantwortung hier zum Ausdruck bringen, dass ich niemals mit keiner Andeutung, mit keinem Schriftstück von einer Vernichtung von Juden gehört habe. Hitlers engster strategischer Berater, weiß er wirklich nichts vom Massenmord? Ein Dokument aus dem September 1943 widerlegt Jodels Aussage. Lakonisch kündigt er der Wehrmacht in Dänemark die Deportation der dortigen Juden an. Für die Richter in Nürnberg entscheidendes Belastungsmaterial. Dabei ist Jodel kein devoter Helfer wie sein vorgesetzter Keitel. 1942 legt er sich mit Hitler an, weil er den Vorstoß in den Kaukasus für einen Fehler hält. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie erklärt er sogar, es sei Wahnsinn, jetzt noch weiter zu kämpfen. Konsequenzen zieht er nicht. Im Gegenteil, er fordert noch fanatische Gegenwehr, als es längst nichts mehr zu verteidigen gibt. Am 23. Mai 1945 wird er mit der Regierung Dönitz verhaftet. Bis zuletzt hoffend, vielleicht doch noch mit den Westmächten gemeinsam gegen die Sowjetarmee kämpfen zu dürfen. Im Gerichtssaal sind von Alfred Jodel weder Reue noch Bedauern zu hören. Auf die Frage, ob er irgendeine Befehlsgewalt gehabt habe, antwortet er. Wusste er von Hitlers Lebensraumplänen? Nein, nicht ein Wort. Ob ihm gleichgültig war, wie viele Juden ermordet wurden? Das ist damit nicht gesagt, aber es beweist, das ist eine politische Sache, mit der habe ich nichts zu tun. Trotz eher dürftiger Beweislage verhängt das Gericht auch gegen Alfred Jodel die Todesstrafe. Er steht erst an Position 11 der Anklageschrift. Doch er sagt über sich selbst, wenn Hitler einen Freund gehabt hätte, so wäre ich es gewesen. Er ist der Angeklagte mit der engsten persönlichen Beziehung zum Diktator. Von den ungeheuren Verbrechen will auch er nie erfahren haben. Am Anfang steht gegenseitige Faszination. Hitler hält sich für einen großen Baumeister. Kaum an der Macht entstehen erste Entwürfe. Albert Speer soll sie in die Tat umsetzen. Dem gebürtigen Mannheimer liegt der monumentale Stil. Das Reichsparteitagsgelände als Gesellenstück. Geld spielt keine Rolle. Mit 28 ist er schon berühmt. Hitler ist vernarrt in seinen gelehrigen Schüler, diktiert ihm seine Visionen. Auch für die Neugestaltung Berlins. In Rekordzeit errichtet Speer die neue Reichskanzlei. Steinernes Monument für Macht und Größenwahn. Und doch erst der Anfang dessen, was einmal Germania werden soll, die Welthauptstadt. Wie im Rausch planen Hitler und Speer in den Mittelpunkt die große Halle. 180.000 Menschen soll sie fassen. Für seine Großbaustelle braucht Speer Platz. Er lässt tausende jüdische Mieter aus ihren Wohnungen werfen und erkundigt sich noch aus dem Skiurlaub nach dem Verlauf der Räumungsaktion. Mit Diensteifer und Selbstgefälligkeit, so begeht der Architekt, der sich selbst als Künstler sieht, seinen ersten Sündenfall. 8. Februar 1942. Fritz Todt, Reichsminister für Bewaffnung, auf dem Rückflug von Hitlers Wolfschanze nach Berlin. Kurz nach dem Start stürzt die Maschine ab. Hitler nennt Speer zum Nachfolger. Ehrgeizig macht er sich an die Herkulesaufgabe. Mitten im Krieg soll er die Rüstungsproduktion steigern. Dabei müssen immer mehr Arbeiter als Soldaten an die Front. Speer presst rigoros die letzten Ressourcen aus der Kriegswirtschaft. Bis 1944 meldet er immer neue Produktionsrekorde und den Bau vermeintlicher Wunderwaffen. Unsere Vergeltungswaffen dürften aller Welt eindeutig vor Augen haben, dass die deutsche Wassensechnik einen gewissen Vorsprung hat. Wir wissen, dass am Ende dieses Weges der sich steht. Den Preis bezahlen sie, Arbeitssklaven aus den besetzten Gebieten. Speer ist der mächtigste Nutznießer der Zwangsarbeitermaschinerie. KZ-Häftlinge beim unterirdischen Bau von Raketen. Ihr Leiden habe er nicht gewollt, rechtfertigt sich Speer später in Nürnberg. Auch mit dem Holocaust habe er nichts zu tun. Das Tribunal glaubt ihm das. Erst Jahre später taucht dieses Dokument auf, in dem Speer persönlich Gelder für den Ausbau von Auschwitz bewilligt. Als alles zu spät ist, gerät der Minister doch noch in Widerspruch zu seinem Meister. Hitler will ganz Deutschland in Trümmer legen lassen. Ein Befehl à la Nero. Speer widerspricht und sabotiert die Weisung. Längst hofft er auf eine Zukunft. Nach Hitler. Die bringt ihn vor das Nürnberger Tribunal. Es gelingt Speer geschickt zu manövrieren. Als einziger bekennt er seinen Anteil an der politischen Gesamtverantwortung und verschleiert zugleich seine persönliche Verstrickung. Am Ende erhält er nur eine Haftstrafe. 20 Jahre Spandau. 1966 wird er entlassen und weiter behaupten, von nichts gewusst zu haben. Weniger raffiniert aber in seinem Irrglauben an Hitler noch fanatischer, ist der nächste Angeklagte. Er ist der jüngste der Angeklagten und jedem Jugendlichen im NS-Staat ein Begriff. Ich bekenne mich im Sinne der Angeklage als nicht schuldig. Baldur von Schirach ist der oberste von 8 Millionen sogenannten Hitler-Jungen. Da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leer und hart wie Kruppstahl. Schirach verkörpert nichts davon. Kein kerniger Kämpfer, ein romantischer Schöngeist aus gutem Hause. Einer, der den Eifer junger Menschen zu nutzen weiß und der die Hitler-Jugend noch vor 1933 zur Massenbewegung macht. Innerhalb weniger Jahre wird aus einer eher chaotischen Jugendgruppe eine straff organisierte Truppe. Fixiert auf Hitler und seine unmenschliche Ideologie. Ich glaube an die unbändige Kraft des Nationalsozialismus, die alles vernichtet, was sich ihr entgegenstemmt. Von vielen wird die HJ als harmlose Freizeit wahrgenommen. Doch es geht um mehr als braune Pfadfinderei. Hier sollen Kinder mit Herrenmenschentum und Führerglauben infiziert werden. Leistung zeigen und im Gleichschritt marschieren. 1939 wird der Beitritt gesetzlich vorgeschrieben. Schirach hofft, dass aus seiner Truppe die Top-Nazis von morgen hervorgehen. Für die männliche HJ wird die sogenannte Wehrerziehung großgeschrieben. Geländespiele und Mutproben als Vorbereitung auf den großen, echten Krieg. Als dieser von Hitler entfesselt wird, meldet sich ein Großteil der HJ-Führer freiwillig. Viele werden einen hohen Preis zahlen. Auch Baldur von Schirach geht zur Wehrmacht. Er erhält einen persönlichen Ausbilder und wird schon nach acht Wochen Krieg gegen Frankreich wieder abbeordern. Hitler macht ihn zum Gauleiter von Wien. Ein schwieriges Pflaster für die Nazis. Zu bürgerlich, zu intellektuell. Doch für Schirach ist der Posten wie gemacht. Er residiert wie ein Kaiser. Der Schöngeist will Wien zu altem Glanz führen und gefällt sich in der Rolle als Gönner und Förderer von Kunst und Musik. Als Gauleiter hat er auch andere Pflichten. Sein Ziel heißt, Wien Judenfrei zu melden. Er interveniert eigens bei Hitler, um 50.000 Menschen schnellstmöglich deportieren zu lassen. Das andere Gesicht des kunstbeflissenen einstigen Jugendführers. Den Deportierten ruft er höhnisch nach. Für mich wäre es keine Strafe, wenn ich aus einem fremden Land ausgewiesen würde, um zusammen mit deutschen Volksgenossen an einem anderen Ort in einer rein deutschen Gemeinschaft zu leben. Ich würde mit allen Mitteln danach streben, an einem Transport teilzunehmen. In Nürnberg wird Schirach sagen, er habe damals tatsächlich an Aussiedlung geglaubt und nicht an Mord. Eine Schutzbehauptung? 1946 landet er deswegen und für die Verführung der Jugend auf der Nürnberger Anklagebank. Auch er mimt den Unwissenden. Die Judenfrage sei geheime Reichssache gewesen. Und ohnehin sei alles Hitlers Schuld. Ich habe an diesen Mann geglaubt. Das ist alles, was ich zu meiner Entlastung sagen kann. 20 Jahre Haft in Spandau. Die Strafe für die Wiener Judendeportationen. Wegen der Hitlerjugend zieht man Schirach nicht zur Rechenschaft. Der nächste Angeklagte ist für die Siegermächte ein alter Bekannter. Er war Botschafter in Großbritannien und schloss mit dem Kreml jenen geheimen Pakt, der dem Kriegsbeginn vorausging. Der heikelste Fall im Prozess. Vor allem für die sowjetischen Ankläger. Sie kennen mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Joachim von Ribbentrop, ein ehemaliger Sekthändler. Das Geld durch die Ehe mit einer Henkelerbin erheiratet, das von durch Adoption erkauft. Seit 1932 Mitglied der NSDAP. Vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler 1933 lässt Ribbentrop hinter den Kulissen die Beziehungen spielen, organisiert heimliche Treffen mit den Konservativen in seiner Villa. Zum Dank darf er Hitlers außenpolitischer Berater werden. Sehr zum Ärger von alten Parteigenossen und besorgten Diplomaten. Ein neues Flottenabkommen mit England gilt als sein Meisterstück. Deutschland darf aufrüsten. Es ist möglich geworden durch die großzügige, weit vorausschauende Einstellung des deutschen Reichskanzlers. Für so viel Ergebenheit gibt's den Posten als Botschafter in London. Ribbentrop sorgt für Aufsehen, als er Britanniens König eine Aufwartung macht mit Hitlergruß. Die Windsors sind not amused, Hitler aber angetan. Anfang 1938 macht er Ribbentrop zu seinem Außenminister. Zwei Dilettanten im Konzert der großen Mächte. Der Minister ist gleichzeitig hoher SS-Führer und pflegt beste Kontakte zu Himmler. Vom Anschluss Österreichs wird Ribbentrop dennoch überrascht. Als Hitler sich anschickt, seine Heimat zu annektieren, weilt der Außenminister in London. Ahnungslos. Umso eifriger exekutiert er fortan die Politik seines Herrn. Dabei machen ihm die Briten zunächst einen Strich durch die Rechnung. Londons Entgegenkommen in der Sudetenkrise verhindert den Krieg, den Hitler so herbeisehnt. Als der Diktator Polen ins Visier nimmt, schlägt Ribbentrop's große Stunde. London und Paris wollen den Krieg durch ein Bündnis mit Stalin verhindern. Der Außenminister bekommt den Auftrag, dem um jeden Preis entgegenzuwirken. Er reist nach Moskau zum Kuhhandel mit dem Erzfeind. Am Ende die Einigung, der Hitler-Stalin-Pakt. Die Aufteilung Polens. Dazu wird er beim Nürnberger Prozess nicht befragt werden. Der Bündnispartner sitzt auf der Richterbank. In der Heimat feiert man Ribbentrop wie einen Kriegshelden. Der Erfolg degradiert ihn zur Randfigur. Nach Kriegsausbruch zählen für Hitler Generäle und keine Außenpolitiker. Ribbentrop bleibt treuer Vasall. Sein auswärtiges Amt ist über den Holocaust nicht nur informiert, es leistet auch diplomatische Schützenhilfe für den Völkermord. In Nürnberg wird auch dieser Ende behaupten, von nichts gewusst zu haben. Selbst den Krieg, den er in Moskau erst möglich machte, will er nicht gewollt haben. Was wir beabsichtigten, war, unsere elementarsten Daseinsbedingungen wahrzunehmen, genauso wie England seine Interessen wahrgenommen hat, um sich ein Fünftel der Welt untertan zu machen. Das Gericht ist für ihn reine Siegerjustiz. Die Verbrechen, für die auch er angeklagt ist, leugnet Ribbentrop bis zuletzt. Hitlers Außenminister wird als erster aufs Schafott geführt. Auch er, ohne ein Wort des Mitgefühls, für die Opfer des NS-Regimes. Manches Urteil war natürlich fragwürdig. Die Zahl der Angeklagten zu gering und die Vermittlung der Gerechtigkeit an die besiegten Deutschen alles andere als gelungen. Dennoch waren jene ersten Jahre nach der Stunde Null insgesamt gesehen ein Erfolg. Aus dem tiefsten Abgrund unserer Geschichte wuchs ein Land in Freiheit, Wohlstand und vor allem Frieden. Dass die Deutschen heute, 65 Jahre nach dem Kriegsende, geradezu umringt sind von Verbündeten, von Partnern und von Freunden, ist ein Glück und eine Gnade der Geschichte. Bleiben Sie uns treu.